Hier sehen wir eine typische polische Bildung von Mary mit Baby in Gold. Das ist eine Kapelle aus dem Jahr 1887. Drinnen typische Marien mit Baby-Ikone in Gold verkleidet mit Gewand. Aber das Interessante, was ich hier zeigen möchte, hier ist der nachdenkliche Jesus vorne von der Morgensonde beschienen über dem Portal. Dieser philosophische Jesus ist die interessante Sache. Man sieht ihn sitzen und denken. Auf einem schönen, schönen Morgen. Wir haben die neue Kirche. Die Kirche von Pope John Paul II. Die Kirche von Pope John Paul II. Und natürlich haben wir unseren Bicycle. Die Kirche von Pope John Paul II. Und nochmals der nachdenkliche Jesus. Eine sehr interessante Darstellung. Etwas Spezielles im Vergleich zur kitschigen religiösen Kunst. Die Kirche von Pope John Paul II. 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 Schauen wir noch einmal in die Kapelle. Muttergottes von Leszainsk ist das. Und dann oben der nachdenkliche Jesus. Vielleicht speziell an diesem Jesus ist die Feder in der rechten Hand, wie auch das Jesuskind unten mit Buch abgebildet ist. Aber weder Jesus noch Maria waren Schriftsteller. Und das ist eigentlich die Gemeinsamkeit von Jesus mit Sokrates. Sie haben nichts geschrieben, selber nichts Schriftliches hinterlassen, sondern nur geredet und gehandelt. Jesus, wie Sokrates, did not write a book. He just lived and talked, asked questions and showed the truth through his life. This is very special. But in later times we give them the attributes of writers because all the memory is written by other people after they died. After Jesus died, after Sokrates died. And so here isMBRIV, the God. Firstly, the Jesus, in Polish language. This is an interesting figure. Und die ganze Kapel ist von 1887. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017